Ja, das ging ja mal schnell mit dem Update, deshalb jetzt schnell den Video vor. Wie im Video schon gesagt, war mein Stand der 21. April, jetzt haben wir es den 22. April und die Leute vom Secret Finder Discord haben wohl einen Weg gefunden. Da habe ich heute drüber gelesen, ich glaube, war wieder buffed, wo ich das hier lesen habe. Und zwar ist es jetzt wohl möglich, nicht die komplette Inni, bzw. den Trash, alleine machen zu müssen. Es ist wirklich scheinbar sogar so, dass man nur den letzten Boss alleine machen muss, um das Mount zu bekommen. Allerdings bleibt es bei der Beschränkung, dass der Rest der Inni auch nur von einer Person oder einem Spieler, einem Charakter, abgeräumt werden darf. Was bedeutet das? Ja, es gibt einige Klassen, die eventuell diesen Stradama Fight, den ihr gerade im Hintergrund seht, zu schaffen. Also, die auch nicht Tanks sind oder Beastmaster Hunter. Aber die Domina Giftklinge dürfte den meisten in Garaus machen, halt wegen unter anderem diesen Stun und den ganzen Ads. Ja, jetzt ist es wohl so, die haben rausgefunden und es wurde darüber berichtet, dass man das Mount auch bekommen kann, wenn jemand anderes vorher den Trash wegräumt bis zu Stradama. Es scheint also wirklich nur die Markgräfin zu sein, die man alleine killen muss für das Mount. Allerdings merkt sich das Spiel, ob der Trash vorher und die Bosse vorher oder der eine Boss vorher von mehreren runtergezerrt wurde. Also, habt ihr jemanden, der jetzt, wie ich, ein Dodo hat, wie gesagt, ich glaube, dass es jede Tank-Klasse kann, Beastmaster Hunter, Demo-Hexer, wie auch immer, wenn die es für euch schaffen und machen, die alles vor Stradama wegzuräumen, je nachdem, wie viel ihr selber auch die Möglichkeit habt, Mobs zu skippen mit Unsichtbarkeitstränken, der Nachtelfen-Volksfähigkeit oder weil ihr Schurke seid und ihr diesen letzten Bosskampf alleine hinkriegt, könnt ihr euch das Mount auch besorgen. Wie gesagt, wichtig ist, man muss in einer Gruppe sein. Also, du darfst deinen Kumpel, deine Freundin, der Typ, den du im Handels-Channel gefunden hast, der dir das cleart für 40.000 Gold oder was auch immer, ihr müsst hier in einer Gruppe zusammen sein. Er oder sie muss aber alleine erst die INI betreten, alles clearn, bis zu dem Punkt, dass nur noch Stradama da steht. Dann muss, wie gesagt, sie oder er sich rausporten aus der INI oder kann auch rauslaufen und dann musst du reingehen. Und ja, wie man dann da hinkommt, ist die Frage, wie viel wurde vorher weggeräumt vom Trash und wie gesagt, wie viel kannst du skippen mit Unsichtbarkeit, mit Verstohlenheit, mit Fähigkeiten, die dich unsichtbar machen, wie bei Mage oder Unsichtbarkeitstränken. Wenn du dann schaffst, Stradama wegzuhauen, was, denke ich, Einfacheres als die Domina-Giftklinge für nicht-Tank-Klassen, dann kannst du es mal und auch dir holen. Und wie gesagt, kannst jeden Charakter nutzen, den du hast, weil das Ding account gebunden ist. So, deshalb, ich schnack jetzt nicht viel länger, das ist nur ein kleines Update-Video zu dem Mountguide Schleimschlange, den ich gestern hochgeladen habe. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier auch fertig. Tschö, mit Ö.